Das Problem ist nur, wenn sich in Lichtenstein ein starkes Erdbeben ereignet, dann ist die Chance doch sehr hoch, dass sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner betroffen sind. Und es ruppelt im Saal. Im Weiteren stellt sich für mich in diesem Zusammenhang dann auch die Frage, das wird langsam heftig. Ich glaube, man weiß ja nie, wegen Nachbeben, wir machen mal eine Viertelstunde Pause.